guten morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren vlog auf meinem kanal ja im letzten vlog waren wir in berlin bei festivals of lights und ja das könnt ihr euch da mal angucken ich verlinke euch das da ob ich meine bestrafung angetreten bin und was festivals of lights ist und heute bin ich mal wieder im harz auf dem weg zum brocken weil leute es ist einfach ein unglaublich geiles wetter ich habe mega gute laune und das hat irgendwie auch ein bisschen was damit zu tun motivation und so was ich jetzt in dem titel reingeschrieben habe zwecks ob ich ein t-shirt nur für meine community machen möchte ich hätte mega bock und was aber ist genau beinhaltet alles t-shirt für community mit kommentaren und so das erkläre ich euch glaube ich wenn ich auf dem brocken bin also es wird angegeben fünf kilometer innerhalb von einer stunde ob es machbar ist naja wir gucken mal kurz wie spät es ist es ist gerade halb zehn eine stunde halb elf wäre natürlich super geil aber es ist echt mega geiles wetter ist es macht immer das macht meine laune richtig gut da habe ich richtig bock zu vloggen und ja wir gehen jetzt auf dem brocken so full of desperation i can barely stand the rotation i can hardly start to speak i'm weak gut zwei stunden hat sie hoch gedauert also echt nicht eine schwelle stunde zwei ich weiß nicht welcher wanderer hier hoch gegangen ist weltmeister eine wanderung oder sonstiges zwei stunden na gut ist eben so habe mein tempo durchgezogen und bin hier oben angekommen und es ist diesmal gutes wetter ich zeige euch gleich aber es geht um das community t-shirt was habe ich jetzt damit geplant naja ich dachte erst ich nehme eure kommentare als motivation auf ein t-shirt weil ich das eigentlich ziemlich cool finde wo man dann einfach mit schöner schrift dann eben eure kommentare rein nimmt aber es hat leider datenschutzrechtliche gründe denn eure kommentare sind natürlich eure kommentare ich müsste jetzt jedem fragen ob ich seine kommentare auf mein t-shirt nehmen darf deshalb möchte ich das eigentlich machen aber ich möchte gerne wörter auf mein t-shirt nehmen zur motivation und andererseits würde auch der eine andere wahrscheinlich auch traurig wenn ich seinen kommentar nicht mit auf das t-shirt nehmen deshalb würde ich mal gerne wissen wie ihr diesen vorschlag findet so ein bisschen gute sprüche oder gute wörter auf ein t-shirt und daneben als motivation weil ihr gibt mir durch eure kommentare immer wieder ein positives feedback und das motiviert mich bessere vlog zu machen und auch wie zum beispiel auch sind wanderungen hier auf dem brocken rauf das ist schon die dritte dieses jahr und vielleicht kommt auch noch eine vierte ich weiß noch nicht im winter vielleicht aber ich zeige euch erstmal den ausdrückpunkt den ausdrückpunkt den ausdrückpunkt den ausdrückpunkt den ausdrückpunkt wenn ihr und es eine stunde habe ich gebraucht bis nach unten also ich glaube das war nicht aufwärts sondern es war abwärts eine stunde das realistisch war nicht so schwierig es war aber mega voll und naja letztes mal habe ich ja gesagt dass es eben eine schwäche gibt wer auf linken wer auf der rechten seite steht und leider ist dieses thema immer noch also bei so vielen leuten dann ist noch extremer aber ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen zwecks meines merch weil ich möchte wie gesagt ein shirt für euch machen denn ihr motiviert mich durch eure kommentare durch ihr positives feedback immer an meinen videos und ich möchte nicht nur mit meinen videos dankbarkeit zeigen so möchte ich in der art auch machen weil ich möchte ein bild nehmen und dann irgendwelche wörter drauf schreiben die dezent sind aber man sie wahrnimmt zum beispiel feit belief also motivationswörter denn es ist ja so dass viele von euch auch schreiben dass wenn sie meine blogs gucken dass man dann eben viel motivierter ist und auch gern was erleben möchte und deshalb möchte ich auch vielleicht ein t-shirt euch zugute tun dass ihr dann eben kaufen könnt um dann eben tagtäglich dann was zu haben wenn ihr es immer tragen möchtet und einfach dann eben motiviert seid durch eben welche wörter wie kämpfe glaube an alles und sonstiges aber ich bin gespannt auf eure meinung wenn dieses video erscheint wird auch mein shop online sein ich tue ihn mal hier unten rein es wird wahrscheinlich danach langsam in den blogs auch noch was eingeblendet werden das seht ihr dann aber und ich würde sagen ich bin echt fertig zwar ein anstrengender weg und ich würde mich verabschieden schreibt gerne eure meinung in die kommentare lasst gerne ein like da und abonniert mich falls ihr es noch gemacht habt auch wir sehen tschau